Hallo, ich bin Jörg Hoffmann, Ihr persönlicher Hauswärmeberater von der RWE. Sie besitzen ein Ein- oder Zweifamilienhaus mit einer alten Gasheizung und interessieren sich für das RWE-Hauswärmeangebot? Dann sind Sie bei mir genau richtig. Ich erkläre Ihnen heute in fünf Schritten, wie Sie eine neue, effiziente Erdgas-Brennwertheizung ohne Anschaffungskosten erhalten. Und das Beste, alle Serviceleistungen sind inklusive. Schritt 1. Sie brauchen nur das Kontaktformular auszufüllen. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit vielen weiteren Informationen rund um das Thema RWE-Hauswärme. Schritt 2. Um Ihnen ein aussagekräftiges Angebot zu erstellen, benötige ich von Ihnen Ihre letzte Gasrichtung sowie ein Festpreisangebot von Ihrem vertrauten Handwerker. In dem Festpreisangebot sind Lieferungen und Montage enthalten. Schicken Sie mir Ihre Unterlagen einfach per Post, Fax oder laden Sie diese einfach online als Scan- oder Foto hoch. Schritt 3. Nun erstelle ich Ihnen Ihr individuelles RWE-Hauswärmeangebot. Schritt 4. Nach nur wenigen Tagen erhalten Sie von mir ein auf Sie zugeschnittenes Hauswärmeangebot per Post. Sind Sie mit dem Angebot zufrieden? Dann senden Sie mir dieses bitte unterschrieben zurück. Schritt 5. Jetzt kümmern wir uns um alles Weitere. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung und ich beauftrage den von Ihnen ausgesuchten Handwerker für den Einbau Ihrer neuen Heizung. Der Handwerker wird mit Ihnen dann einen Termin vereinbaren. Jetzt heizen Sie Ihr Haus umweltschonender und effizienter. RWE übernimmt für Sie alle anfallenden Wartungs- und Reparaturkosten. Und zwar für die nächsten 10 Jahre. Starten Sie jetzt mit RWE-Hauswärme in eine einfache und bequeme Wärmeversorgung. Wärmeversorgung. Untertitelung des ZDF, 2020